Hallo und herzlich willkommen hier bei Fallout 4. Wir sind wieder bei unserer einsamen Kapelle angelangt. Wir haben unser Inventar ausgeleert und wollen uns jetzt in die Schlacht begeben und gucken was wir da unten in dem staatlichen Vorratslager finden werden. Ich versuche ein bisschen laut uns zu sprechen, weil es wird angemerkt, dass man mich nicht so gut verstehen kann. Ich hoffe es ist jetzt besser. So, da sind wir wieder. Da lang, da geht's lang. Hier hatten wir schon alles gecleart. Wir haben noch nicht da reingeguckt, das machen wir jetzt als nächstes. Oh, Greg ist nicht richtig. Line ist richtig. B-Town Bastard Lilly hat ein paar von Toms Leuten geschnappt, als sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssig-Diät in der Brauerei nicht so gut an. Aber Tom, der Turm hat angeblich einen Plan. Sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unsere Essen zu schnappen, sollen die besoffenen Idioten doch nur kommen. Aha, aha. Lilly ist verschwunden. Lilly ist verschwunden. Tom, der Turm und seine Jungs haben heute das Lager eingriffen. Und im Chaos ist Lilly verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen. Aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz rausreißen und es dann an die Wand nageln. Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom, der Turm hat Lilly. Er lässt sie mir Briefe schreiben, in denen sie Vorräte bittelt. Sie meint, er wird sie in Stücke hacken, wenn ich es nicht schicke. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammen zu trommeln, um sie zu retten. Aber sie haben es mir ausgeredet. Sie meinte, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde den dummen Wichser erst mal sein Essen schicken, aber vorher lasse ich unsere Köter drauf wissen. Oh mein. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe noch einen Brief von Lilly bekommen. Aber irgendwas stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen. Und das weiß sie auch. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute, jetzt wo er unser Essen hat. Ich werde einen meiner Jungs losschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er rausfinden kann, was los ist. Keine Spur von Lilly. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in den Bönton Brauerei geschickt habe, meint, dass Lilly dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwie hingebracht haben. Ich habe eine Crew losgeschickt, um nach ihr zu suchen. Halt durch, Lilly. Wir kommen. Also wir müssen auf jeden Fall mal in diese Brauerei, glaube ich. So. Deaktiviere. Abschaltung. Systemdiagnose. Offen, alles sauber. Steht hier noch irgendwas? Steht hier, bla bla bla. Jede Manipulation, bla bla bla. Gut. Hast du was Nützliches gefunden? Ja, wir haben schon mal ein paar Türme ausgeschaltet. Und jetzt können wir weiter vorstoßen. So, wo müssen wir denn als nächstes hin? Hier geht's nicht weiter. Okay, hier werden wir ja noch speichern. Okay. Hier werden wir ja noch speichern. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, irgendwann muss ich nachladen. Manipulation. Na, na, mach ich gut. Das mach ich richtig toll. Machen wir mal ein Pimpel mit. Oh, wir haben einen super Harnisch gefunden Den nehmen wir mal an uns Oh Wir waren jetzt gerade nicht beim Baumarkt Aber okay Das sieht mir nämlich nicht aus Nach Baumarkt Geht's auch lang Ja, so viele verwinkelte Orte Gehen wir jetzt erstmal hier runter, würde ich sagen Alter Jo, wir gehen erstmal da runter Und sterben Das ist doch logisch Ich meine, warum denn auch nicht Es ist doch Noch ein Versuch Jetzt steck dein Kopf raus Ja, das nehmen wir mit Das nehmen wir mit Das und das Hier nehmen wir gleich alles mit Oh, hier waren Saved Den hab ich gar nicht gesehen Ach man Cool Oh, ein paar Thronen sind immer schön Oh, eine Pistole brauchen wir nicht Und baumarkt eine Farbe so Mische grüne Farbe zusammen Wie auch man auch immer das macht Lange wie es eben geht Lass mal wieder speichern Ich glaube, wir haben Gesellschaft Ich nicht treffe Ich glaube, wir haben Also manchmal verstehe ich diese Granaten nicht Ja Preston, geh doch mal vor Ja Preston, wo sind sie denn vor uns? Herr Preston, sie stehen nicht immer im Weg rum, es nervt Da waren gedruckt, ach so ich verstehe Du bist immer verwundet Preston, ich bin nichts anderes gewöhnt Nichts anderes Ja Ja warum nur nicht? Ja Preston, wie wärs, wenn du mal... Draußen ist was Geh dorthin Verstehe Ja, los Wieso macht er eigentlich nicht? Jetzt macht er es Die Thronen sind immer schön, ja, ein bisschen So Geschafft Gleisbolzen Okay Wo geht's hier hin? Das wär's Malhin gibt es ja... Schon mal ein wieder Energiekener Speiern wir nochmal an der Stelle Der letzte und letzte Fehler Ne, hier waren wir aber auch noch nicht Die Dosen nehmen wir mit, das ist immer guter Schrott Die Musik ist mal Oh, ein Fatman, ich trage zu viel Hey du Nimm mal den Fatman Nimm mal das Jagdgewehr, nimm mal den Fatman die Pistole Alkohol Aha, hier geht's raus Gucken wir nachher mal, wo wir hier rauskommen Wollt ich jetzt pressen? Ne, ich wollte gerade sagen, habe ich hier irgendwo verloren Zum Glück nicht Mal an der Stelle nochmal speichern Beide Arme und Kopf weg Ja, da war irgendwo eine Tretmine Das ist aber auch heftig, dass sie meinen Arm weggefetzt hat und nicht meine Beine Da drin könnte sich alles mögliche vermerzen Was ist denn die? Da ist sie Ja, da ist sie Ja, da ist sie Ja, da ist sie So, irgendwie gar nicht so viel Hättet sich eigentlich damit gerechnet, dass er noch mal ein Gegner ist Aber hier ist man, keiner, hier ist gar nichts Und Preston, dass er überhaupt hinkriegt Da ging es zum Ausgang Gucken wir jetzt noch mal hier Abgeschlossen Sicherheitssteuerung, Tür öffnen Ich glaube, das Passwort hat mich schon ganz am Anfang gekriegt Oh, irgendwie hinter einer genommen Aha, die Luke Naja, gut Oh, hier ist ganz viel Kram Habe ich hier Vorratlager gefunden hier So viel hatten sie aber auch nicht für diese ganzen Leute Ah, Preston Ist auch wieder geschafft Jetzt sind wir wieder hier, okay Ja Gut, da haben wir wohl alles hier erledigt Was auch immer hier war Dann gucken wir mal, wo wir rauskommen werden Und dann müssen wir noch mal zu so einer anderen Station hin Hm, wir sind fast Level 15 Das freut mich doch, dass wir fast Level 15 sind Ja Ja, ein sehr schönes Auto Wäre schön, wenn wir sowas hätten Obwohl, äh, bei der Settelbergegen Landschaft weiß ich gar nicht, ob das so praktisch wäre Klebstoff ist selten und kann benutzt werden, um nahezu jede erdenkliche Modifikation zu ermöglichen Also Klebstoff immer mitnehmen Oh Alter Alter Da kommen wir hier raus Dann hast du was passiert Wir werden Verdachtbar kein Hinterhalt von uns war Das war mal heftig Ach so Ja Was auch immer das hier ist, ist es eine ganz schöne Festung, ja? Guck mal schauen. Was ist der letzte? So, dann müssen wir erstmal hier alles durchsuchen. Drohnen, die Musik war mal wieder heftig, aber wir haben es ja geschafft, das Terminal werden wir uns auch nochmal angucken, einmal durchsuchen wir jetzt hier alles, wer auch immer hier, wo auch immer wir hier gerade waren, was das hier für ein Ort ist. Können wir ihn gut selber befestigen, finde ich. Guck mal denn da oben rauf. Was kann man das denn jetzt hier einnehmen? Also ich habe ja keine Werkstatt gesehen. Das ist die Frage. Eine Werkstatt habe ich hier nicht gesehen. Also ich sehe hier keine Werkstatt, ob man das einnehmen kann, weiß ich nicht. Wir gucken mal auf die Karte. Was sind wir denn hier? Wir sind hier staatliches Vorratslager. Memo. Betreffende, dringende. Also das war auch das, was wir unten hatten. Also als Reaktion auf aktuelle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärft der Sicherheitsvorkehrung. Naja. Auf dem Gländer muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehende Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer. Keine Ausnahmen. Es werden strikte Bestandsaufnahmen des Nahrungsvorrats durchgeführt. Wir riskieren sie nicht ihre Stelle, indem sie etwas entwenden. Denn, äh, damit, äh, indem sie etwas entwenden. Ja, damit sind sie gemeint. Ein kurzer Wissen hat die Luke entdeckt. Blablabla, genau, äh, ja. Turmsteuerung, Scheinwerfersteuerung, Turmsteuerung. Also sie hätte die Akte deaktivieren können einfach. Habe ich gar nicht. War da oben noch ein Computer? Wo denn? Hier nicht? Naja. Das Gepiepe nervt mich. War das irgendwie... Naja. Wo war der Computer? Irgendwo war noch ein Computer. Das ist so richtig schlimm, das Gepiepe. Guck mal, was hier drin steht. Bin durch. Scheinwerfersteuerung. Also hier kann ich das auch nochmal. Einheiten verbunden, Lichter einschalten. Mein Werfer zerstört. Indem ich einfach das mache. So. Aber viel mehr gibt es jetzt hier auch nicht zu holen. Wir haben das staatliche Vorteil geplündert. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Infiltration, würde ich sagen. Dann sind wir mal durch den Hintereingang reingekommen. Gucken mal, wo gehen wir als nächstes hin. Ich würde fast sagen, wir gehen als nächstes. Also hier müsste man halt auch nochmal rum gehen. Aber wir werden als nächstes von hier aus mal... Erstmal nochmal hier ins... Das ist angeblich abgeschlossen. Waren wir da? Mit ihm? Es mag sein. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Vielleicht gehen wir als nächstes mal hier so rum. Richtung... Nochmal Wasser rauf. Bereitungslagerung vom Wasser rauf. Waren wir schon, aber einfach mal hier so rum. Noch da. Nochmal an der Oberlandstation vorbei. Von der Oberlandstation gucken wir uns dann nochmal ein bisschen hier um. Da haben wir uns auch noch gar nicht so richtig umgeguckt. Dann sage ich an der Stelle auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.